Doch, ja. Aber hast du jetzt auch wirklich nicht mit den Tags gewusst? Ja, es funktioniert nicht, wie es cheekier ist, glaube ich. Weisst du, wir haben das schon mal gesehen. Ich dachte, das ist auch ein gutes Thema. Ich habe doch mal gesagt, ich zeige, komm mit. Das ist doch mit der Tags. Das ist nicht der Tags. Das ist nicht der Tags. Das ist nicht der Tags. Du kannst es dir alle knicken und einchecken. Ja. Aber ich habe nichts gesagt von Hotel Guide. In Facts. Und ich habe nicht gedacht, du einchecken, was du wünschst, du gehst. Du hast es auch nicht mitgebracht. Das ist nicht der Tags. 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 Manchmal kommst du eben an, wie es kommt. Dann wünschst du dich in eine Uni Hotel Guide. Ja. Aber wir sind nicht zu froh, wenn wir immer in den Hotel Guide und dir noch besser in den Raten. Genau. Das ist nicht der Tags. 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 Das hätte ich nicht. Das können wir auch. Steif rechte, aber jetzt einfach machen. Du kannst die Gendysel reden, wenn sie es uns zeigen. Oder wenn sie es nicht gehen, dann können wir hier hochkommen. Dann haben wir sie. Ah, du siehst. Eine Sofraberin. Das stimmt. Dr. Zester. Ja. Das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste. Das sind Wichtigste.